Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. In diesem Video geht es mal wieder ein bisschen um Black Ops 3 und zwar um den Multiplayer-Reveal von Black Ops 3, denn dazu haben wir endlich neue Informationen. Activision und Call of Duty haben gestern eben endlich angekündigt, wann genau der Multiplayer-Reveal stattfinden wird. Das ist diesmal etwas komisch und zwar wird der Multiplayer-Reveal vom 16. bis zum 18. Juni während und auf der E3 stattfinden. Das heißt, wir haben diesmal nicht nur einen Abend, an dem irgendwie ein Livestream stattfindet und der Multiplayer-Trailer gezeigt wird, sondern diesmal haben wir ganze drei Tage und ich bin mal gespannt, was die uns da alles zeigen. Ich denke, die werden diesmal sehr stark ins Detail gehen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, denn drei Tage sind natürlich viel, selbst wenn man irgendwie nur am Abend immer eine kleine Veranstaltung veranstaltet. Man hat dann doch noch reichlich Zeit, verschiedene Sachen zu zeigen und auf verschiedene Aspekte vom Spiel einzugehen. Ich denke auch persönlich, dass der Multiplayer-Reveal nicht stattfinden wird auf einer Pressekonferenz von Sony oder Microsoft, denn die Pressekonferenzen, die sind nur an einem Tag und eben nicht an drei Tagen. Bei Microsoft ist es eh schon mal so, dass die ganze Konferenz ausscheidet. Die ist nämlich am 15. und eben erst am 16. ist der erste Tag des Multiplayer-Reveals. Bei Sony ist es so, dass die Konferenz zwar am 16. stattfindet, allerdings eben nur an einem Tag und mit ganz vielen anderen Spielen und ich denke mal, dass da auch eher kein Platz ist für den Multiplayer-Reveal. Und ich denke wirklich, dass der Multiplayer-Reveal komplett bei Activision gezeigt wird und dass Activision eben den Multiplayer-Reveal übernehmen wird, was sie auch die letzten Jahre immer gemacht haben. Das heißt, der Multiplayer selbst, der wurde ja immer so zur Gamescom-Zeit gezeigt in den letzten Jahren und dann auch von Activision selbst und eben nicht von Sony oder von Microsoft. Allerdings wissen wir auch schon, dass in der nächsten Zeit bald erstes Gameplay aus der Kampagne gezeigt wird, denn auf der COD-Seite ist ganz kurz ein Button dazu aufgetaucht und dort stand eben, dass man sich jetzt hier dieses Singleplayer- oder Kampagnen-Gameplay anschauen kann. Der Button hat zwar ins Leere geführt, das heißt, das Gameplay selbst konnte man nicht anschauen, allerdings die Vorbereitungen für diesen Button, die laufen eben anscheinend schon und es kann sehr gut sein, dass wir auch auf der E3 schon erstes Singleplayer- also Kampagnen-Gameplay bekommen. Es ist jetzt kein richtiger Singleplayer mehr, weil man es auch im Corp-Modus spielen kann, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und hier könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das eben einfach aufgeteilt wird, dass sich eben Sony oder Microsoft um die Kampagne kümmern und dass eben auf einer der beiden Pressekonferenzen die Kampagne gezeigt wird, dass sich halt Activision selbst wieder um den Multiplayer kümmert, so wie es halt auch in der letzten Zeit auch immer der Fall war und dass halt Activision selbst auf dem eigenen Stand dann den Multiplayer präsentiert. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, auch während der E3-Woche. Das heißt, hier auf meinem Kanal wird es einige Videos dazu geben. Schaut auf jeden Fall immer mal wieder vorbei. Nicht, dass die Abo-Box genau in diesem Moment irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, also im Moment der heißen Black Ops 3-Phase. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch schon auf den Multiplayer-Reveal von Black Ops 3 freut. Würde mich interessieren. Und ansonsten war es das dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin COD-Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.